Auf Kekse konzentrieren. Nicht auf Bibis für die Palace? Hallo meine Lieben! Warum hat mir ein kleiner geholfen von euch? Weil bei mir auf einmal da oben, als wir an dem Fenster da an dem Window, ne? Ja. Da kam auch einer rein. Oh Mann. Was hast du bei dir gemacht? Ich war an dem im einzigen Einges. Ich hab den Palace geguckt. Ich hab von Kekse gegessen. Wer hat jetzt den Diffuser? Also ja, Random. Ich will den nicht, ich will den nicht, ich will den nicht. Rundfaser. Ach, echt Rundfaser? Schlecht gerade, ich hab zu viel gegessen. Also ich kann echt nicht vorstellen, warum anders hat die da zum Schlafen gehen, nicht. Also, kein. Ist es mich eigentlich gesund oder ist es nicht gift? Mich ist schon gesund eigentlich so. Echt? An was? Also wieso? Weil da viele Vitamine drin sind. Das Calcium. Ja und das auch. Das hab ich halt immer als Kind so gehört. Ist gut für die Zähne, ja. Aber es gab auch einige Studien, die sagen, dass mich schädlich sein soll. Ja, für den Planeten. Was? Nein, auch für die Menschen. Nein, für den Planeten. Hä? Was ist denn für den Planeten? Ja, weil da so viele Kühe sind. Und die Treibhausgase, aber es geht ja eigentlich nur ums Fleisch. So. Für mich ist das ein geiles Leben. Ob der, ob, ob mich schlecht für den Körper ist, wenn ich nicht für die Welt. Achso. Für die Welt bin ich ganz schön. Und dem, dem Gas. Das kann ich gut. Ready to Bleach. Uh. Mirals hat schon noch getroffen. Miravik. Miravada. Mirafada. 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 Was kein Spaß hatte. Alter, ich muss wieder nützeln. Ich muss auch nicht viel Kälte hier drin. What the fuck?! Ey. Mira, ein Shot! Ich hab ihn noch mitgenommen, Alter. Das ist ein Clash, ne? Das ist ein Clash. Ja. Nice, sauber. Ich bin fast tot, ich bin fast tot! Erst über den Jäger hoch, ist frecky. Gridlock, warum play hättest du nicht? Du hast es einen Shot? Lass mir das Ace, bitte! Oh, ja! Vor kurzem noch gesagt, so lange kein Ace mehr gemacht. Ja, ja, ist das so. Ist gut, ich hab's auf Video. Echt? Hast du aufgenommen? Ja, Video aufgenommen, die ist das. Nachdenken.